So, das ist ja gerade gar nicht unser Ziel und ich will auch gerade gar nicht nach da unten, sondern ich will eigentlich wieder nach oben und zurück zu dieser anderen Höhle. Okay. Das ist in meinem Inventar. Erstmal nur Blödsinn. So, da wollte ich hin. So, und dann würde ich ganz gerne mal eine Kleinigkeit essen. Und dann würde ich gerne mal ein kleines Kaninchen jagen. Dankeschön. Habe ich jetzt? Ne, habe ich nicht. Also, früher war das so, dass es für diese Mobs, wenn man die erledigt hat, dass es dafür zumindest was zum Essen gab oder so. Also, zack, zack. Äh, ich wollte nach unten. Unten. Da ist unten. So, dann haben wir hier erstmal Gerümpel. Das wäre der Spaß. Und... Soll ich probieren, ein Nether-Tor zu machen? Also, ich habe keinen Nether-Mod aktiv, deswegen dürfte es eigentlich nicht klappen. Aber wir könnten es theoretisch probieren, hier bei Holz. Das heißt, ich kann die Stick wieder weg machen. So, so können wir das auch machen. Die Steine, die ich da habe, die möchte ich jetzt eigentlich gerade behalten. Sind das alle? Ah, nein. Vielleicht sollte ich hier eigentlich diese komplette Reihe zu Stein machen. So, weil Steine kriegen wir heute noch genug. Dreck haben wir hier auch noch irgendwo. Erde. Genau. Zack, zack, zack. Müssten wir eigentlich genug haben erstmal. Können wir dich so machen. Wie gesagt, da kriegen wir später auch noch genug. Das Gras, das können wir eigentlich dann auch... Ich wüsste zwar nicht, was ich damit sollte. Aber das kommt halt in die Gartenkiste. Gartenkiste. Oh ja, das ähm... Zack. Zack. Und... Okay, die Kohle will ich ja behalten. Die Tür lasse ich gerade mal offen. So... Zack. Inventar, Inventar. Ähm... Ein, zwei, drei, vier. Kann wieder zurück. Kann wieder in den Ofen. Was für eine Verschwendung, übrigens. Ähm... Die Kisten würde ich eigentlich ganz gerne behalten. Danke. Die Samen möchte ich aussehen. Kohle möchte ich behalten. Das ist Gartenwerkzeug. Das sollte ich verbrauchen. Und Flint und Steel lasse ich auch mal hier. So... Jetzt habe ich ein paar Türen offen gelassen. So... Inventar. Dann würde ich mal so sagen. Na, ich glaube, das ist keine gute Idee. Dann machen wir das lieber. So... Nein. Puh... Hier. Genau. So... Sechs. Äh... Vier war's. Da kommt einer rein. Puh... Ja. So... Da kommt einer rein. Da kommt einer rein. Da kommt einer rein. Da und da kommt einer rein. Da kommt einer rein. Da kommt einer rein. Und dann würde ich mal... Jaja. Hier sagen, die verbrauchen wir noch. Zum Beispiel... Hier. Hier. Und... Gab's da hinten nicht noch irgendwo eine? Ähm... Offenbar nicht. Deswegen pflanzen wir jetzt hier. Pam, pam, pam. Okay. Ich nehme hier mit. Eier kann man immer gebrauchen. Oh. Upsale. Das war nicht so beabsichtigt. Mein Inventar ist... Okay. Da habe ich vorher ein Ei geworfen. Das war ein bisschen blöd. Das war ein bisschen blöd. Aber es ist egal. Wir gehen zurück. So... Gut. Ähm... Die Eier, die kommen wieder in die Küche. Eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Da können wir Spiegeleier kochen. So... Kann man dich mitnehmen und dich mitnehmen. Dich lassen wir mal da. Äh... Dich würde ich mitnehmen. Dann würde ich dich wieder zurück tun. So... Die Stecken würde ich da hin tun. Da habe ich noch ein bisschen Inventargezuppe. So... 6 bis 94. 96. Hm. Das reicht eigentlich. Erste Mal. So. Haben wir genug Stecken? Haben wir das genug? Ähm... Wollte ich mein Inventar nicht... Äh... Ich wollte mein Inventar aufräumen. Irgendwo hier hatte ich ja Gerümpel. War hier Gerümpel? Da war Gerümpel. Ah. Das muss in die... Ähm... Gartenkiste. Stimmt. Die Tür wollte ich auch noch zumachen. So. Gartenkiste. Da fällt mir gerade ein. Wir können mal probieren... Ah. Bin ja auch doof. Sollte ich vielleicht mitnehmen. Zack. So. Ich weiß nicht wo das wächst. Wir können aber mal probieren. Also da wächst es nicht. Ah. Okay. Weiße Wolle. Weiße Wolle. Du kannst wieder zurück. Ich wusste jetzt nicht wie man das... So. Eigentlich wollte ich hier ja Hühner haben. Oder da? Da hinten wollte ich ganz viel anderes Zeug haben. Aber irgendwie klappt das nicht so richtig. Gut. Sei's drum. Ich frage mich gerade, ob ich vorbereitet bin. Ach so. Hab ich ja weg. Ähm. Die Wolle will ich vielleicht in meine... Diese. Für den Anfang zumindest. So. Dann würde ich dich mal da hinpacken. So. Genau. Dann würde ich dich mal da hinpacken. Und dann würde ich zu dir vielleicht mal sagen... Bäm. Da geht's wieder weiter. Die packen wir mal da hin. So. Und dann würde ich mich mal auf die Reise begeben. Tür zu. Ähm. Reise. 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 Seemannreise. Oh. Es wird schon wieder Nacht. Äh. Ich hoffe, ich bin jetzt überhaupt in die richtige Richtung unterwegs. Ich glaub's ging da lang. Ah. Es wird wieder Nacht. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Wähle ich ja des Nachtzins. Wähle ich ja des Nachtzins. Vielleicht die Leuchtzeichen besser sehe. Ähm. 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 Was macht ihr überhaupt außerhalb von diesen Biomen? So. Was wir hier jetzt allerdings auch noch machen können, ist. Ähm. Okay. Da wird's heller. Eh. Äh. Ähm. 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 immer diese höhlen sucher ist okay ich würde ganz gerne eigentlich ein bisschen die wände lang ein bisschen die wände lang Hübschi da eigentlich. Oh, da sollte ich vielleicht mal jetzt gerade nicht ganz so reinhüpfen. So, und da hinten geht es auf jeden Fall runter. Eigentlich wollte ich da jetzt gar nicht hin. Also. Okay, die Neugier wieder. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020